Wir haben ein starkes Thema für diesen Christustag. Die Wahrheit, die trägt, Doppelpunkt, Christus. Dazu lese ich aus dem Johannesevangelium, Kapitel 18, die Verse 37 und 38. Jesus steht vor Pilatus. Da fragte ihn Pilatus, so bist du dennoch ein König? Jesus antwortete, du sagst es, ich bin ein König. Ich bin dazu geboren und in die Welt gekommen, dass ich die Wahrheit bezeugen soll. Wer aus der Wahrheit ist, der hört meine Stimme. Spricht Pilatus zu ihm, was ist Wahrheit? Diese berühmte Frage des Pilatus hat uns in der Geschichte bewegt. Sie ist als vorbildlich bezeichnet worden, die Frage nach der Wahrheit. Aber das Erste, was ich dazu sagen möchte, ist, die Reaktion des Pilatus ist eine vertane Chance. Gut, die Frage, was es wahr heißt, kann eine ehrliche, suchende Frage sein, die Menschen stellen und die wirklich dann sich auf die Suche begeben, um Antworten zu finden. Das ist ein verheißungsvoller Weg. Und das wünscht man sich, dass Menschen eine solche Frage stellen und dann auch wirklich nach der Antwort suchen. Wenn man aber den Zusammenhang im Johannes-Evangelium und anderen Evangelien liest, dann ist völlig klar, dass Pilatus nicht wirklich offen nach der Wahrheit sucht. Sondern diese so skeptisch, so überlegen, so wahnsinnig intelligent klingende Frage ist nichts anderes als eine Flucht. Eine Flucht vor der Wahrheit. Er will sie nicht wissen. Er will nicht der Wahrheit begegnen. Er weiß genau, was die Wahrheit ist. Das wird immer wieder in Kapitel 18 und 19 im Johannes-Evangelium gesagt. Er weiß, er sagt es im Kapitel 19 ausdrücklich. Ich finde keine Schuld an ihm. Das heißt, all die Fragen, die er gestellt hat, die Jesus beantwortet hat und so, wie Jesus ihm begegnet ist, ist ihm klar. Die Vorwürfe sind völlig unberechtigt. Wenn er interessiert wäre an der Wahrheit, dann hätte er längst die Antwort. Die Antwort heißt, die Anklage gegen diesen Jesus ist Unrecht. Und die Wahrheit ist, du musst jetzt gerade stehen für das Recht. Aber er steht nicht gerade für das Recht, sondern er ist nur interessiert am Erhalt seiner Macht. Er will seinen Vorteil und deshalb sucht er die Kooperation mit der Führung der jüdischen Gesellschaft. Er will mit ihnen die Einheit haben. Die macht ihn stark und er hat Angst davor, wenn er die Wahrheit sagt und wenn er zur Wahrheit steht. Und wenn er die Erkenntnis der Wahrheit auch auswirken lässt auf sein Verhalten, dann zerbricht diese Komplizenschaft. Und dann geht seine Macht flöten. Dann verliert er alle seine Vorteile. Also es geht ihm nicht um die Wahrheit. Es geht ihm um die Verteidigung der Lüge. Die ist sein Vorteil. Das ist seine Macht. In einer solchen Situation ist die Wahrheit nicht etwas, was man als verlässliches Fundament betrachtet oder gar als einen schützenden Raum. Sondern in einer solchen Situation wird die Wahrheit bedrohlich. Sie ist gefährlich. Sie wirkt wie das gleißende Folterlicht. Das aufdecken soll und das quält und man will es auf keinen Fall haben. Wahrheit, die zerstört. Das ist eine tragische Sache. Wenn wir im Johannes-Evangelium lesen, was Jesus schon vorher dazu gesagt hat, dann wird uns das klar, wie gefährlich diese Wahrheit für uns auch heute ist. Und dann müssen wir entscheiden, wollen wir ihr standhalten oder wollen wir ausweichen. Also in Johannes Kapitel 3, da sagt Jesus, das ist das Gericht. Wörtlich steht da sogar, das ist die Krise, griechisch. Das ist die Entscheidungssituation. Das Licht, also Johannes 3, Vers 19. Das ist aber das Gericht, dass das Licht in die Finsternis gekommen ist und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht. Denn ihre Werke waren böse. Wer Böses tut, der hasst das Licht und kommt nicht zu dem Licht, damit seine Werke nicht aufgedeckt werden. Also Licht, das aufdeckt, kann heilen. Das kann eine Hilfe sein. Aber man muss das zulassen. Es deckt die Ursache der Krankheit auf, dann kann es eine Heilung geben. Im ersten Johannesbrief hat Johannes das auch noch einmal geschickt. Dass die Wahrheit, die Botschaft des Evangeliums von Jesus ein Licht ist. Und dass es aufdeckt. Und er sagt, wer im Licht wandelt, der bekennt seine Sünde. Wenn wir sagen, wir haben nicht gesündigt, dann lügen wir, betrügen uns selber. Aber wenn wir die Wahrheit zulassen, Sünde bekennen, dann bekommen wir Vergebung durch Jesus. Er ist für uns am Kreuz gestorben. Dann gibt es Gewissheit, dann gibt es Heilung, dann gibt es Versöhnung. Ja, das Licht, das Jesus ist, die Wahrheit, die der König der Wahrheit bringt, ist kein Folterlicht, das uns quält und kaputt machen will. Sondern es soll aufdecken. Den Schaden beheben, Vergebung der Sünden geben. Und dann soll es, wie Sonnenlicht immer ist, Wachstumskräfte ermöglichen und Orientierung geben, damit das neue Leben in der Gemeinschaft mit Gott, in der Gemeinschaft mit Jesus, der die Wahrheit ist, wachsen kann. Das hätte Pilatus ergreifen können. Er hat es nicht getan. Es ist eine vertane Chance. Mit seiner Kessenfrage, was ist Wahrheit, was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß. Denn da steckt ja hinter, wenn ich nicht genau weiß, was die Wahrheit ist, dann muss ich sie auch nicht wirken lassen auf mein Leben. Das ist eine Fluchtreaktion. Das ist das eine. Die Chance ist vertan. Aber dann gibt es noch ein zweites, was wir bedenken müssen. Heute wird die Pilatus-Frage noch auf andere Weise gestellt. Jesus sagt, ich bin ein König, ich bin dazu geboren und in die Welt gekommen, dass ich die Wahrheit bezeugen soll. Wer aus der Wahrheit ist, der hört meine Stämme. Ist das eigentlich wahr? Das heißt, hat er das wirklich gesagt? Hat er das wirklich gesagt? Auch die anderen starken Ich-Bin-Worte, ich bin das Licht der Welt, ich bin das Brot des Lebens, ich bin der gute Erde, ich bin die Auferstehung und das Leben, der Weg, die Wahrheit und das Leben. Hat er das wirklich gesagt? Das wird ja von vielen heute bezweifelt. Sehen Sie, seit etwa 250, 300 Jahren gibt es eine radikale Kritik, in Europa besonders, an der Wahrheit des biblischen Wortes. Man sagt, naja, das kann man historisch nicht nachweisen, dass Jesus das wirklich gesagt hat. Das Einzige, was wir historisch erfassen können, ist, es hat damals Leute gegeben, die haben behauptet, dass Jesus das gesagt hätte, weil sie irgendwie geglaubt haben. Sie konnten sich mit dem Kreuz von Jesus und meinem Tod nicht abfinden. Und dann haben sie ihn nachträglich hochgejubelt zum Sohn Gottes, haben ihm allerlei Worte in den Mund gelegt. Zum Beispiel in den Evangelien kündigt Jesus ja an, dass er sterben wird am Kreuz, dass Gott ihn auferwecken wird. Da gibt es die Kritiker, die behaupten, das hat er gar nicht selbst gesagt, denn kein Mensch weiß ja im Voraus, was passieren wird. Das hat ihm die Gemeinde nachträglich in den Mund gelegt. Oder er hat die Zerstörung des Tempels angekündigt. Hat er das wirklich gesagt? Die Kritiker sagen, das kann kein Mensch wissen, was in Zukunft kommt. Deshalb kann Jesus das nicht gesagt haben. Das haben sie ihm nachträglich in den Mund gelegt. Und sie gründen auf diese Unterstellung sogar, dass die Evangelien erst nach dem Jahr 70 geschrieben sein können, weil ja im Jahre 70 der Tempel zerstört wurde und niemand hätte das voraussehen können. Nun steht das in den Evangelien aber alles, dass Jesus das von sich gesagt hat, dass er der Messias ist. Dass er sogar der Menschensohn, der Weltherr und Weltrichter ist, der zum Ende kommen wird und die Menschheit richten. Und dass er dieser Weltrichter schon zu Lebzeiten war, weil er in Vollmacht Vergebung der Sünden zuspricht. Und er hat gesagt, dass er diese Aufgabe als Messias und Menschensohn, Weltrichter, erfüllen wird in der Weise des Gottesknechtes. Wie Jesaja 53, der Prophet, ihn angekündigt hat, dass er am Kreuz sterben wird und dass er dadurch die Sünden der Welt tragen wird. Das steht ja alles schwarz auf weiß in den Evangelien. Wenn das aber nicht wahr ist, wenn das nur von der Gemeinde erdichtet wurde, dann sagen die Leute, naja, das ist nicht böse gemeint, die wollten uns nicht belügen, sondern die haben ihren Glauben so ausgedrückt. Ja, dann müssen wir uns ganz nüchtern sagen, Christus ist nicht als der, der Mensch geworden ist, Gott, der Mensch geworden ist und der für uns gestorben und für uns auferstanden ist, ist er nicht die Wahrheit in Person, die uns trägt, sondern können wir uns bestens verlassen auf den Glauben der ersten Christen, Christen, die geglaubt haben und deshalb solche Geschichten erzählt haben und solche Worte Jesus in den Mund gelegt haben. Machen wir uns nichts vor. Ist das ein Fundament, das trägt? Nun, diese Kritik macht ein Fundament kaputt und das ist die Not in den Kirchen heute, auch in evangelischen Kirchen. Das muss man so klar aussprechen. Und was hilft dagegen? Muss man sich dem ausliefern? Gibt es da kein Kraut gegen? Nun, zweierlei muss man sagen. Das Erste, es gibt viele Indizien für die Glaubwürdigkeit der Bibel, für ihre historische Zuverlässigkeit und jeder, der Zweifel hat und die Frage stellt, was ist Wahrheit, der soll bitte auch auf die Suche gehen. Da gibt es viele gute Gründe für die Zuverlässigkeit der Evangelien, für die Glaubwürdigkeit der Bibel als dem Worte Gottes. Die Gewissheit gibt es allerdings, so wie Jesus es gesagt hat, nur auf eine Art und Weise. Es ist keine neue Frage, das war schon damals so. Leute haben angezweifelt, ob er von sich selbst redet und ob das wirklich Gottes Wort ist. Und da lesen wir im Johannes-Evangelium Kapitel 7. Jesus sagt, meine Lehre ist nicht von mir, sondern von dem, der mich gesandt hat. Wenn jemand dessen Willen tun will, wird er erkennen, ob diese Lehre von Gott ist oder ob ich von mir selbst ausrede. Was sagt Jesus? Er sagt, Gewissheit werden wir bekommen, wenn wir sein Wort hören und tun. So sagt es auch am Schluss der Berchpredigt. Wer meine Rede hört und tut sie, der ist ein kluger Baumeister, der sein Lebenshaus auf Felsengrund bauen. Die Wahrheit des Wortes Gottes erkennen wir immer dann, wenn wir das, was wir verstanden haben, praktisch auf unser Leben anwenden und tun. Nun, Jesus hat versprochen, dass er selbst, der Auferstandene, durch den Heiligen Geist, unserem zweifelnden Geist Gewissheit geben wird. Dass er lebt, dass er uns liebt, dass er für uns gestorben und für uns auferstanden ist, dass wir Gottes Kinder sind, dass er uns unsere Sünde vergeben hat, dass er der König der Wahrheit ist. Wer aus der Wahrheit ist, der hört seine Stimme. Was für eine Einladung. Ja, wir brauchen eine Wahrheit, die uns trägt und nicht eine Wahrheit, die wir selber tragen, wo wir uns an den eigenen Haaren aus dem Sumpf ziehen müssen. Jesus, der Auferstandene, der zur Rechten Gottes ist, der heute durch sein Wort zu uns redet, ist die Wahrheit, die uns trägt. Ihm wollen wir vertrauen. Ich bin Wildermann. Vielen Dank.